Seacrouds 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 beherzigt hat und eingehalten hat dann kann er sich dann quasi über diese schiff freuen ihr kommentiert unter diesem video was ihr gerade seht welche premium schiff ihr haben wollt und erklärt warum ihr es haben wollt ihr nennt euren world of warships in game namen teil 2 ist dazu zu sagen ihr nennt euren world of warships in game namen in diesem kommentar ihr habt diese schiff noch nicht in besitz ist der teil 3 und wir werden natürlich kontrollieren in dem video was wir dann veröffentlichen dass ihr diesen schiff noch nicht habt also das ist das entscheidende vier punkte welche prämienschiff ihr haben wollt euren world of warships in game namen ihr habt das schiff noch nicht und ihr habt euer profil auf öffentlich gestellt so dass ich nachvollziehen kann ob ihr dieses schiff schon besitzt und ihr nur die dublonen abgreifen wollt oder ob ihr das wirklich haben wollt diesen dampfer ja und der youtube kanal soll öffentlich abonniert sein dass ich sehen kann dass ihr uns abonniert habt nur dann könnt ihr dieses schiff eben gewinnt der youtube comment picker kann sich das raussuchen wie gesagt am 28 10 also quasi heute in einer woche werden wir dann veröffentlichen die möglichkeit besteht halt für jeden auch für wochenendkrieger und für nur leute die halt nur in der woche fahren können wo sie am wochenende familie haben ihr könnt quasi hier unter diesem video diese sachen machen und dann läuft das wer nicht weiß wie öffentlich abonniert wird unsere sachen das verlinken wir alles in das video unten in die beschreibung da könnt ihr euch nochmal angucken wie man das machen muss damit es eben funktioniert ja und in der regel wenn ihr nichts umgestellt hat in eurem world of warships account dann ist euer account sowieso öffentlich einsehbar also da müsst ihr nichts machen wer das natürlich auch unsichtbar hat der musste dann für diesen zeitraum bis ich sage es einfach mal 29 10 wohl bis dahin wird die auswertung aller spätestens vorbei sein diese sein profil auf öffentlich gestellt haben ich freue mich auf eure teilnahme gebt uns gerne auch feedback in diesen kommentaren wenn ihr möchtet wenn ihr euch darüber freut wenn ihr verbesserungsvorschläge habt immer her damit wir sind für sowas immer offen konstruktive kritik ist hier immer erwünscht aber ich denke da gibt es nicht viel zu meckern 50 euro bis zu 50 euro kann man geschenkt bekommen für abonnieren kommentieren und die regeln einfach einhalten von daher ich wünsche euch viel spaß ich drücke euch die daumen und ich freue mich auf eure reichheitige teilnahme bis dahin euer secretsteam euer machara ciao ciao seakrouds 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 Vielen Dank.